Wir Spanien, die Engländer, üblichen Verdächtigen. Ich denke, wir haben einen sehr guten Spirit. Da soll es keine Motivationsprobleme geben, weil das Ziel ist klar. Wir fahren ja nicht nach Frankreich, um Urlaub zu machen, sondern wir wollen da auch was reißen. Wir sind alle Spieler, die unruhig werden, wenn wir nicht gewinnen. Deswegen wollen wir das vermeiden. Wir haben viel Spaß zusammen. Wir arbeiten auch gut zusammen. Wir arbeiten konzentriert, ob das jetzt auf dem Platz ist oder auch dann in unserem Fitnesszelt. Die Vorbereitung läuft bisher exzellent. Allerdings muss man sich natürlich im Klaren sein, dass jedes Team versucht, sich so gut wie möglich vorzubereiten und trotzdem kann nur einer gewinnen. Also es garantiert natürlich kein Ergebnis. Untertitelung des ZDF, 2020